Mama und Tochter, eine schöner als die andere. Den Tomala-Damen sind die guten Gene in die Wiege gelegt. Und die gegenseitige Liebe. Anlässlich des 32. Geburtstags von Sophia postet Mama Simone nun diesen ansehnlichen Schnappschuss. Sieht so aus, als würden die beiden Damen Sophias Ehrentag gebührend zusammen feiern. Die Mama im außerirdisch schönen, hautengen Metallic-Look. Die Tochter im extravaganten Federminny. Bei diesem umwerfenden Anblick können wir uns folgendem Fankommentar nur anschließen. Zwei heiße Feger. Dazu schreibt die Schauspielerin Happy Birthday, du mein größtes Geschenk dieser Erde. Und versieht die berührenden Worte mit dem Hashtag Mehr lieben kann man nicht. Laut aktuellen Medienberichten scheint Sophia gerade besonders viel Liebe übrig zu haben. Nach ihrer Trennung von Fußballer Loris Karius im Juni 2021 soll sie nun Tennisprofi Alexander Zverev daten. Ein Händchen für Sportler, genau wie die Mama, die sich erst kürzlich von Handballer Silvio Heinevetter verabschiedet. Egal welcher Mann auch im Leben der beiden Damen kommt und geht, Simone und Sophia kann niemand trennen.